So Freunde, weiter geht es mit einer neuen Folge und diesem wunderbaren Blick hier aus unserem tollen Haus. Mann, es ist noch nicht fertig, aber es wird langsam schon deutlich schöner und besser. Wir waren in der letzten Folge stehen geblieben im Keller und ich bin natürlich nie alleine hier unterwegs bei Creativerse. Das wäre ja viel zu langweilig. Was sollen wir ohne die ganzen tollen Sprüche von Striker machen? Ich habe keine Ahnung. So. Ich weiß es auch nicht, also ich komme daher. Moment, was wollte ich denn bauen? Genau, hier, das wollte ich bauen. Stack at Stonewall. Die finde ich sehr, sehr cool. Die können wir bei uns im Keller gebrauchen. Finde ich jetzt persönlich. Stack at Stonewall. Gucken wir mal in meinem Bag. Wow, wir haben sehr, sehr viel davon. Leck mich am Arsch. So viel habe ich gemacht. Scheiße, habe ich gar nicht erwartet. So, dann fangen wir mal an. Wow, die sieht auch cool aus. Nice. Kollege, ich habe jetzt richtig viel Kohle. Und was kann ich damit machen? Nix. Du hast Kohle? Das kannst du dann irgendwas kaufen. Nee, nicht die Kohle. Nee. So. Leider nicht die Kohle. Shit, ich brauche mal auf jeden Fall ein paar Fackeln. Ich brauche ein paar Fackeln. So. Warum man auch immer Moos braucht für eine Fackel, das finde ich auch wieder so ein bisschen unrealistisch. Damit es brennt. Ja, ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Das ist auch wieder so ziemlich abstrakt. So, 20 Fackeln habe ich. Zack. Ich muss hier viel mehr drauf machen, ey. Hier ist es so dunkel irgendwann. Oder ich bin einfach blind oder so. Keine Ahnung. So. Schon wieder da. Die Maus, die Maus, die Maus, die Maus, ey. Die macht mich fertig, ey. Die macht mich fertig. Oh. Mega lag, Alter. Was war das denn? Ach, du Scheiße. Ich glaube, je mehr wir hier bauen, desto schlimmer wird, ey. Die Befürchtung habe ich leider auch. So. Bei Minecraft habe ich das eigentlich gar nicht, nie gemerkt, ob da irgendwas war. Also, okay, das war vielleicht auch mein eigener Server, so in dem Sinne. Aber das war ja nie so schlimm da. Guck mal hier. Vielleicht gefällt es dir ja hier im Keller jetzt. Mit diesen schönen Wändenverzierung. Ich komme gleich, bin gerade am Abbauen hier, warte. So. Ich brauche einen anderen Handschuh, Mann. Ja, warum? Warum kannst du Wasser nachher mit abbauen? Wasser? Ja. Wie, was willst du mit Wasser abbauen? Ja, aber der ist doch besser, dieser Ozydien-Handschuh, oder wie der heißt. Wir haben doch erst vor ein paar Folgen einen neuen Handschuh gecraftet. Ja, aber ich will schon einen anderen haben. Wir wollen auch den neuesten Stand sein. Okay, du übertreibst mal wieder. Nur ein bisschen. So. Ach, Gott's Willen. Oh, was? Leer? Doch, nicht. Ich habe noch ein paar gecraftet. Guck mal, was man craften kann, ne? Bist du schon da? Ich bin die ganze Zeit im Haus. Ich dachte, du kommst mal in den Keller rein und schaust dir mal die Scheiße hier an, aber nein. Die Scheiße, ja genau, die will ich mir nicht angucken. Unglaublich. Unglaublich. Das ist ja unfassbar. Bedrock, Stoneslap, Obsidian-Raum und Magnetiton. Hast du für dich halt zufälligerweise Steine mitgebracht? Normale Steine? Gib mal her. Gib mal her, bitte. Steine. Steine, 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 Steine. Dankeschön. Wenn du nicht da drauf stehen würdest. Sehr gut, 28. Gut. Brauchen wir auf jeden Fall mal ein bisschen davon. So, dann gehe ich mal schnell mal runter. Zack, fehlt hier nämlich noch ein bisschen. Jetzt habe ich mir so einen Halt ran gecraftet. Mein Gott, ey. Wir haben schon wieder Besuch. Ich gehe kaputt, ey. Ja, freuen wir uns nie über Besuch. Nein, der ist aus dem Fenster geschwungen. Besser so. Wart, wie? Ist der jetzt geflüchtet? Ja, war du ja. So krass war das? Frag mich nach Sonnenschein, du. Heftig, ey. So. Ach, verdammt. Maus, ich liebe dich einfach nur. Ich liebe dich. So. Oh Gott. Oh, ich kann so ein Ding bauen, damit kann ich Kreaturen ziehen. Okay, nice. Klingt ja schon mal ganz cool. Oh, Steine und Pflanzen. Diese Pflanzen, ich gehe mich mal auf die Suche. Oh, Steine und Pflanzen, habe ich gesagt. Steine hast du ja noch, ne? Ein paar, ja. Brauche ich nur zwei Stück für. So. Wo bist du überhaupt? Ich baue dir gerade ab. Ah, bist schon wieder abgelaufen, weggelaufen, ey. Standard. Das hat er sich immer noch nicht meinen Keller hier angeguckt. Du hast noch zwei Steine für mich. Ja, kann ich dir geben, glaube ich. Wenn ich hier eigentlich nicht alle verbraucht habe. Ne, habe ich nicht. So. Oh, ein richtiger Kerker geworden, ey. Finde ich halt schön mit diesem Stein, ja. Das gefällt mir ganz gut. So, jetzt habe ich irgendeinen Scheiß gecraftet. Irgendeinen Scheiß hast du gecraftet? Ja, um Tiere zu zähmen, keine Ahnung. Na, viel Spaß, dann machen wir mal. Zähm du mal. Pass auf, ey. Gleich fange ich Pikachu oder sowas. Hm, ich glaube auch. Wahrscheinlich. Wie funktioniert das Ding denn? Äh, what? What? Ach so. Oh Gott. Hier. Was ist das denn? Und? Ich sehe hier keine gezähmten Tiere. Was ist das hier in der Hand? Ein Dildo. Echt? Ja, sowas in der Hand, ne? Sowas, sowas baust du auch, ey. In den C mal. Dislocation is obstructed. Was labert der? Die lassen sich nicht von dir zähmen, Alter. Wenn ich dich angucken würde, würde ich auch weglaufen, Alter. Doch, das dauert noch fünf Sekunden. Das ist mein Tier, Alter. Dein Tier? Auf jeden Fall. Hört das dann auch auf dich? Was kann das denn? Der steht auch. Strike a tamed a leafy. Ja, du hättest so eine Glocke da hängen, was ich in der Hand hatte. Ja, und? Was macht der jetzt? Wärft der jetzt die ganze Zeit hinterher wie dein Haustier, oder was? Tatsächlich, ich gehe kaputt, Alter. Ja, und was bringt das jetzt? Keine Ahnung. Ach, du kannst ihm, der Kummer, du kannst ihm füttern und sowas. Hä? What the fuck? Ja, dann würde ich aber lieber eine Krabbe haben, so eine Monsterkrabbe. Nee, warum? Das ist doch ganz cool, das kleine Ding. Das hat wenigstens Platz zu Hause bei uns. Die Monsterkrabbe, ja, da müssen wir unser Haus noch erweitern, ne? Likes. Sandwiches magst du? Ja, nee, ist klar, ey. Ja, dann machen wir Sandwiches. Voll übertrieben. Das heißt wohl, dass man ihn weggibt, ne? Höchstwahrscheinlich, ja. So. Krass, das ist ein Teil, Alter. Jetzt müssen wir mal eine Decke ziehen. Decke ziehen, Decke, Decke, Decke. Wie soll die Decke sein? Ohne, witzig, dass ich das gecraftet habe. Ich find's ganz cool. Ah, ich hab mir einen Zaun gecraftet, fällt mir grad ein. So, dann zauen wir mal das Häuschen hier ein. Wir brauchen Obsidian, oder wie das heißt. Ohne Witz. Weil? Oder Magnetid oder so. Ja, weil damit kannst du die ganzen anderen Sachen produzieren und bauen. Ja, du musst gucken in den Steinhöhlen. Da ist das ja meistens. Was hab ich dir gesagt? Äh, Obsidian, ne? Da steht, made in the forge, used to craft. Obsidian ore in the forge. Wieder irgendwo in der Höhle, Alter. Müssen wir mal auf die Suche gehen, hinten in die Berge da. Wo du jetzt langläufst, da links, und dann da in die Berge rein. Da, genau. Ja, warte mal, ich werd's mal hier in den Zaun ziehen. Scheißegal, unser Tier passt auf. Ja, ja, natürlich passt's auf. Der passt auf, Junge, der ist gezüchtet. Wo ist der? Der ist schon weggelaufen, ey. Da ist doch der Hund, ey. Das ist kein Hund, Junge. Klar, das ist ein Hund. Geil, ey. Ah, ist das geil, ey. Ist das geil. Und läuft der mit jetzt? Kann er auch für dich kämpfen, dich irgendwelche Gegner angreifen, oder so? Keine Ahnung, ich hab gesagt, er soll da bleiben. Echt? So, mitkommen, ey. Kämpfen. Soll er Steine abbauen, oder so? Tu ihn direkt mal in unser Lager, ey. So ein Sklave, ey. Arbeitslager, ey. Hey, Kleiner. Was hat er jetzt für einen Namen? Ja, Nephi. Der bellt wie ein Hund, Junge. Als ob das ein Hund ist, ey. Sag doch Hund, ey. Hast du bald eine Katze auch noch, ey? Shit, ey. Guck mal. Hey, ey, der wird was futtern. Hast du Hunger, Mann, Guter? Ich geh mal da hinten in die Berge, ey. Das hilft alles. Ready to eat. Oh Gott, stay, walk, walk, run, just stay, follow. Aha, aha. Ich kann den auch. Hey, wie kann er denn? Ich kann, der kann überhaupt angreifen? Kann er überhaupt irgendwas, das Vieh, ey? Wie ist er so schnell mitgekommen? Erklär mir das mal lieber, ey. Der spawnt sich immer. Echt? Der rennt hinterher. So, guck mal, ich will auch hier so eine Krabbe haben. Soll ich dir das Ding geben? Dann kannst du ihn holen. Nee, nee, will ich nicht. Lieber was anderes. Was besseres. Ja, schwimmen, ne? Das Ding verfolgt mich, ey. Ich geh kaputt. Ja, hast du ja auch eingestellt. Das ist Follow-Sol. Follow me, Gangster. Ich hoffe, wir finden das zu Hause wieder, ey. Ja, ist auf der Karte markiert. Was ist das denn für ein Golem da hinten, Mann? Mach die doch nicht an, die Wichser. Oh. Ja, oh, ist gut. Den kannst du ja versuchen, als Haustier zu machen. Oh Gott, was ist das denn, Alter? Hä? Kann er angreifen? Der greift nicht an, Junge. Oh, hier ist, glaube ich, was Gute. Pass auf, Mann. Wenn wir Obsidian und so haben, können wir halt bessere Waffen und so bauen. Alter, hol das Ding hoch. Ja, wir müssen erst mal hier hochkommen. Ach Gott. Der ist der Schnellplatte, um Gottes Willen. Ja, und wo sind die Sachen? Keine Ahnung, der Steingolem kommt rein in die Wülle. Noch einer? Hä? Der kann ja gar nichts, Alter. Der ist ja fast kaputt. Oh Gott. Der ist direkt hinter uns, Alter. Wie ist das? Boah, Golem. Schnell raus, da, raus, da. Wir sind doch nicht bei Clash Royale, Alter, Golem. Boah. Alter, wie stark ist der? Passiert gar nichts, lauf weg, lauf weg, lauf weg, lauf weg. Ich glaube, mit dem Steinschwert bist du dann nicht so gut dran. Ne, da passiert nichts, Alter. Der, 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 der kriegt ja gar nichts abgezogen, Alter. Ja, lauf mal weg. Der folgt dir schon. Ja, der folgt dir. Kann der denn schwimmen, oder wie ist das aus? Das ist doch nicht schwimmen, Alter. Was ist das denn? Der ist doch direkt neben dir, Junge. Ja, aber das ist doch kein Schwimmen mehr. Der geht ja über den Boden, über die... Hä? Was ist das denn für ein Unreiter? Das ist ja Kack. Ertrink, Junge, ertrink. Ich gehe mal in der Höhle gucken, was das sonst noch gibt. Na, guck mal. Rudy? Kenstone? Och Gott, da kommen hier irgendwelche Pokémon aus der Höhle. Ja, die werden immer neu gespawnt hier. Wo bist du denn? Hier unten. Wo? Im Wasser? Ne, ich bin doch hier in der Höhle. Gerade reingegangen. War aber doch nicht. Hä? Wo hast du den Golem gelassen? Ja, den habe ich einfach abgehängt. Oh Gott, ist das eine Riesenhöhle. Was ist denn hier los? Limestone? Einfach alles mal abbauen hier. Stone, Limestone. Was hat denn Limestone? Ja, sehe ich auch gerade hier. Boah, wie tief ist das bitte? Ja, schon ziemlich tief. Wie es scheint. Na, jetzt ist aber vorbei. Wie, sind wir ganz unten, oder was? Mhm. Wo kriegt man den Obsidian her? Jetzt mal ganz im Ernst. Keine Ahnung. Bau einfach ein paar Steine ab, die wir hier nicht kennen. Bedrock, das brauchen wir. Hier ist irgendwas. Wie ist irgendwas? Kohle? Ah, Kohle ist... Guck mal, der hat Hunger, der Sack. Mein Inventar ist voll, Alter. Das ist ja auch mal was Neues, dass mein Inventar mal voll ist. What? Nachdem wir 100.000 Sachen abgebaut haben, oder was? Na ja, eben. Hä? Wie, der hat Hunger. Ups, ich glaube, ich habe den... Was habe ich denn mit dem gemacht? Das ist Wahnsinn, sagst du den. Du hast ihn einen gegeben, das habe ich gesehen. Das haben alle gesehen. Boah, was kommt denn hier runter? Scheiß Krabbe, ey. Wo will der hin, Alter? Das ist doch kein Besucherpark hier. Du bist hier. Ich gehe kaputt, hier gibt es nix, ey. Voll der Fail hier in der Höhle. Dieser roter Stein, was da hier. Roddy Cannystone. Keine Ahnung, wo wir den Scheiß kriegen, ey. Ich weiß nicht. Da, Kanny, wir müssen weiter. Weiter rein, hier. Was ist das denn da hinten? Das ist irgendwas Grünes. Das ist auch eine Höhle. Ja, ja, geh du mal. Ich baue mal hier diesen schönen lilanen Stein ab. Nee, komm du mal mit hier hin, ey. Das ist wieder so eine dreckige Höhle. Wir haben hier keine Fackeln mehr. Nimm die mit. Ich baue doch nicht jetzt jede Fackeln ab, da. Was ist das denn für eine Höhle, sag mal? So. Das ist wieder so eine Höhle, wo du runterkommst und dann nie wieder hochkommst, ey. Wahrscheinlich. Hast du nicht schon mal nachgeguckt, wo du jetzt irgendwie hier dieses Zeug kriegst? Ja, Kohle, aber das andere nicht. Das ist eine dreckige Höhle. Komm gar nicht runter. Nee, ich meine jetzt dieses, was du suchst die ganze Zeit. Dieses Insidio oder was auch immer. Nee, wo man Absidion bekommt, habe ich noch nie geguckt, ey. Ich dachte, du hast schon mal gegoogelt. Dachte ich, hast du schon mal. Nee, noch nicht. Boah, was ist denn hier alles? Meine Güte. Was ist denn hier für ein komischer Baum? Na, doch ein normaler Baum. Ein normaler Baum. Sollen wir mal versuchen, hier gegen die zu kämpfen? Gegen wen? Ja, gegen den hier unten. Das ist ein Skelett oder sowas. Ah, erst mal schwer ziehen. Was ist das denn? Den kannst du aber platt machen, weil der... Oh, der zieht aber viel ab, der Fixer. Pass auf. Oh Gott, was ist denn dem los? Der verschwindet immer so. Oh Gott, das will. Der macht mich gerade. Der ist schon fast tot. Ich habe einen Filz eingenommen. Was hat der bekommen? Ja, so ein komischer Kack. Naja, nichts Besonderes. Dann können wir den zweiten auch noch voll machen. Ja, die sind auf jeden Fall machbar. Ich habe wenig Leben. Oh. Oha. Was denn da, Alter? Der hat mich einmal... Der hat mich... Der hat ein... Hä? Der hat einmal auf mich aufgeschlagen und ich war tot. Ja, siehst du? Mich hat er fünfmal getroffen und ich war nicht tot. Der krankt mal ein Tier an, der Wichser, ne? Dein Tier, Alter. Das ist ein elendes Mist hier. Das hört doch nicht mehr auf dich, ey. Hä? Aber ich habe jetzt... Oh Gott. Der verfolgt mich. Ich muss hier hin, Alter. Ich muss... Ich muss meine Sachen holen. Jetzt kommen die ganzen dreckigen Gole und ich muss hier weg, Alter. Nein, bleib da. Sonst finde ich meine Sachen nicht mehr. Das ist oben auf der Karte eingezeichnet. Der Totenkopf, oder was? Ja, ja. Ja, der folgt mir, der Marmute. Ich kann da nicht bleiben. Doch, kannst du. Lauf einfach die ganze Zeit im Kreis rum. Das ist doch so ein Marmute. Das Tier ist immer hier. Egal, wo ich hinspringe, der steht schon direkt neben mir, der Leguane. Der ist gut. Der ist sehr gut. Wir brauchen stärkere Schwerter und die kriegen wir nur mit... Ja, ich habe nicht mal eine Rüstung, Junge. Du hast ja wenigstens eine Rüstung. Die auch schon halb kaputt ist, wie ich sehe. So. Ich werde attackiert hier. Alter, wie ist der hier hingekommen? Erklär mir das. Der macht mich platt. Da unten bist du, ey. Nicht weglaufen. Ja, ich bin doch schon hier. Ich bin schon hier. Ach, mich verfolgt ein Golem. Noch schlimmer. Ich locke ihn mal zu kieren. Na Gott, wo müsste ich jetzt hier über den Berg, oder was? Nee, hier, rechts lang. What the fuck? Oh Gott. Oh Gott, hier ist auch noch eine Höhle. Leck mich am Arsch. Was ist das denn für ein Mist? Ja, in die Höhle müssen wir auch noch. Die sieht gut aus. So, jetzt muss ich noch meine Sachen holen. Die müssen ja irgendwo hier rumliegen. Da vorne. Hier ist noch eine Höhle. Oh Gott, ey. Nein, ich wollte doch gar nicht in die Höhle. Jetzt stehe ich hier unten und komme ich mir raus, ey. Verdammt. So, ich gehe nach Hause. Ich teleportiere mich auch nach Hause. Teleportieren nach Hause? Ja, ja. Wie das denn? Indem du T drückst und dann einfach teleporten hast. Mal gucken, wer schneller zu Hause ist. Hä? Ich habe gedrückt, da bis nichts passiert. Du drückst T? Oh Gott, da kommt was. Oh Gott, der hat mich angegriffen. Fuck. Vielleicht habe ich diesen... Ich glaube, ich habe diesen Teleporter gar nicht platziert, ey. Kann das sein? Kann das sein? Weißt du, wie man das nennt? Äpfel-Fehl. Äpfel-Fehl, ey. Deswegen machen wir hier einen Break vorne. Und sehen wir uns, ja, in der nächsten Folge vorne. Creative Earth. Wir sehen uns, ja, in der nächsten Folge. 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 Untertitelung des ZDF, 2020